Das Corona-Vorzeigeland Neuseeland lockert ab dem 14. November erstmals seit Beginn der Pandemie seine Einreiseregeln. Jedoch dürfen weiterhin nur Staatsbürger und Staatsbürgerinnen und Menschen mit Wohnsitz in den Pazifikstaat ins Land kommen. Statt 14 Tage müssen sie demnächst nur noch sieben Tage in staatliche Quarantäne, bevor sie sich in eine dreitägige häusliche Isolation begeben. Weitere Lockerungen würden in Kraft treten, wenn 90 Prozent der Bevölkerung vollen Impfschutz gegen das Virus hätten, sagt der Minister zur Eindämmung der Corona-Pandemie Chris Hipkins. Bisher sind 72 Prozent der 5 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen vollständig geimpft. Wann Touristen wieder in den Inselstaat dürfen, ist aber noch unklar. Priorität bekämen weiterhin Menschen, die ein Recht hätten, ins Land zu kommen. Insgesamt hat das Land bisher knapp 6.000 Covid-19-Infektionen verzeichnet. Zum Vergleich, in Deutschland wurden gut 4,5 Millionen Ansteckungen und in Österreich rund 800.000 gezählt, zuzüglich unerkannter Fälle. 28 Menschen in Nordseeland sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Das Land hat lange eine sogenannte Null-Covid-Strategie verfolgt. Ministerpräsidentin Yazida Andern hat aber zuletzt eingestanden, dass diese mit der Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante kaum noch realisierbar sei. Vergangene Woche hat Neuseeland erstmals eine dreistellige Zahl an Corona-Neuinfektionen registriert.